Jetzt sagen sie nicht, jetzt ist schon wieder Dienstag. Das sind die Schlagzeilen, die das mündige Wahlvolk lesen will. Sigmar Gabriel sagt Lobbyisten den Kampf an. Da kann man nur hoffen, dass die bedauernswerten Lobbyisten über genügend Feuchtigkeitscreme verfügen, um die Wattebäuchchen, die ihnen der Gabriel entgegenschleudern wird, auch sinnvoll verwenden zu können. Im gleichen Interview lobt der SPD-Sonderbeauftragte für Schwachsinn und Gelaber Altkanzler Gerhard Schröder für dessen Agenda 2010. Und Millionen Werktätige, die dank dieser Agenda im Niedriglohnsektor für das nackte Existenzminimum schuften dürfen, fallen auf die Knie und in den Jubelkur ein. Früher waren wir arm und arbeitslos, jetzt sind wir arm aber sexy, denn wir haben Arbeit. Danke SPD. Eines muss man dieser Partei lassen. Sie hat in Deutschland endlich die Arbeiterklasse geschaffen, die es in den USA schon seit Jahrzehnten gibt. Die Working Poor, also die arbeitenden Armen. Denn nur eines erträgt der Asozialdemokrat noch weniger als Menschen, die von unserem Wirtschaftssystem verarscht werden. Und das sind Verarschte, die auch noch voll auf ihrem Arsch rumsitzen, statt in sich aufzureißen. Und was regen sich die Menschen auch auf? Wir leben ja nicht in einer Diktatur. Es gibt doch Reisefreiheit. Wer meint, dass er hier unfair behandelt und bezahlt wird, darf gerne in ein anderes Billiglohnland seiner Wahl auswandern. Keine Sorge, der alte Arbeitgeber ist bestimmt schon mit einer Filiale vor Ort. Wie lautete nochmal das alte Totschlag-Argument? Geh doch nach drüben! Dass die Arbeiterpartei SPD mit ihrer Agenda 2010 den Steuersenkungen für Besserverdiener und dem Volksbetrug Riester-Rente die kleinen Leute im Stich gelassen hat, ist nicht weiter verwunderlich. Es liegt in ihrer Natur. Verwunderlich ist, dass Spezialbegabte wie Sigmar Gabriel unbeirrt erwarten, dass die im Stich Gelassenen in Zukunft wieder SPD wählen. Tja, was im Innern dessen, was Gabriel für seinen Kopf hält, vorgeht, ist genauso rätselhaft wie das heute beginnende Konklave in der Sixtinischen Kapelle. Und während 115 eingesperrte Kardinäle im Trautengebet auf Erleuchtung hoffen und Bär Steinbrück kaum erwarten kann, welcher Clown diesmal das Rennen macht, bereitet der Erzengel Gabriel schon mal die Seligsprechung des Agenda 2010-Erfinders Gerhard Schröder vor. Denn wahrlich, ich sage euch, der Schröder, das ist ein lupenreiner Sozialdemokrat. Bis neulich. Bis zum nächsten Mal.